Komm, einen Keks kannst du dir nehmen. Es wird nichts passieren. Das ist mein Lieblingskekse. Schmeckt so gut. Definitiv. Nimm noch einen. Ich wollte nur einen essen. Ach komm, noch einen Keks macht doch keinen großen Unterschied. Geh dir auch mal was. Nimm noch einen. Nee, das reicht. Ich wollte wirklich jetzt anfangen abzunehmen. Von drei Keksen nimmst du nicht zu. Das reicht jetzt. Jetzt hast du schon angefangen. Das war jetzt kein guter Start in die Diät. Das ist aber ganz schön übertrieben. Hör auf damit. Weißt du, wie viele Kalorien das sind? Du warst doch, dass ich ja mit anfah. Du musst doch nicht auf mich hören.